Und der Präsident ist der Ball-Guy, ich glaube, Denis? Nein, das ist nicht Denis, das ist Beuré. Ich erinnere mich nicht. Es fühlt sich wie eine Kampagne. Ja, genau. Darum geht's, meine Herren. Wir sind wieder da mit dem Topscorer Insights Quiz. Heute spielen vom HC Ajois Philipp Michael DeVos gegen Christy Domenico vom SC Bern. Willkommen, ihr zwei. So, ich bin bereit. Lasst uns dieses innerkanadische Duell starten. Was ist retro-romanisch? Was ist retro-romanisch? Romantsch. Ganz genau, Phil. Gar nicht schlecht. Du bist willkommen. Das ist der erste Punkt. Wie kommt es aus? Davos? Ja, Grison. Kanton Graubünden, genau. Ihr beide kennt euch ja. Wo trefft ihr Kanadier euch jeweils? Normalerweise die Spangler. Das verstehe ich. Eine spezielle Verbindung habt ihr auch zur Schweiz. Nennt einen der Schweizer Bundesräte. Es gibt ja einige. Oder gar den Bundespräsidenten? Hä? Wie? Aber den kanadischen Präsidenten, den kennt ihr. Ja, ich weiß. Nein, es ist ein Prime Minister von Kanada. Von der Schweiz, keine Ahnung? Nein, ich weiß nicht. Dann wechsle ich eben die Frage. Wie heißt der kanadische Prime Minister? Justin Trudeau. Das ist ein Punkt, Chris. Bravo. Es geht ja. Und ähm, ja? Was ist sein Name? Er spricht französisch. Ah, ihr seid noch beim Schweizer Bundesrat. Ja, genau. Kennt ihr mindestens einen? Ah, ich erinnere mich nicht. Und der Präsident ist der baldige Mann. Deni? Ja. Nein, das ist nicht Deni. Das ist ... Nein. Ich erinnere mich nicht. Ja? Probier's. Ich weiß nicht. Ich habe Deni Vaucher in meinem Kopf. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Das ist der Liga-Präsident. Was ist sein erste Name, bitte? Alain. Berset. Richtig. Alain Berset. Den Punkt geben wir, oder? Ja, ja. Es steht 2 zu 1. Wie heissen die beiden genialen russischen Eishockey-Spieler, welche mit Fribourg Cotteron einst die Schweiz verzauberten? Bikov? Ja. Und ... Wo ist Bikov? Bikov und ... W-w-w-w-nich-Nikov. Das gibt's doch nicht. Bikov und ... Bikov. Bikov. Na ja. Chris, was meinst du? I don't know what the other one is. Sollen dem einen Punkt geben? Ja, I gave him the point. Chomutov. That's what I said. Genau. Chomutov. Maybe my English is not perfect, I'm sorry. Genau. So ein Schlawiner. Nächste Frage. Welches ist der größte See der Schweiz? Na? Was ist der? Ich weiß nicht. Ich mag Lema? Gold. Richtig. 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 Und erst noch die 4-1-Führung. Gut geraten. Und Chris, er führt mit 4-1. Ja, er kippt mein Arsch. Was machst du? Ich fühle mich, wir sind auf dem Eis. Und er hat damit auch noch das Spiel gewonnen. Glückwunsch. Es ist vorbei? Ja. Ein einfaches Spiel. Mag sein, aber gibt's noch einen Jake Hens? Ja, natürlich. Ja. Whatever, man.